Hallo Leute, ich komme zurück zu euch. Ich habe schon einen Tag. Ja, ich habe ziemlich viel trainiert. Ja, ich habe ganz, ganz viel trainiert. Und habe Frame Drops. Ich brauche keine Frame Drops. Ja, ich bin im Schiff schon und mein Training herumgerannt. Habe schon all das, habe auch schon mitgebracht. Und wir haben geschafft. Also, deswegen habe ich auch schon hier diese Waffe damit gefunden. Aber ich gehe in Ordnung durch den Weg. Und hier den Angriff hat Salz er gelernt. Gut. Dann würde ich sagen, mal schauen. Gut. Lauf flüssig. Gehen wir mal hier raus. Ach, ich muss meine Fissen. Ich muss noch keine Ahnung. Aber wir müssen. Man könnte auch hier untergehen. Aber ich könnte dann noch untergehen, weil ich habe den Piratenschiss schon und kämpfen jetzt mit dem. Den Typ wieder. Und hier hat er nur den Typ wieder. Das reicht nicht. Damit ich mich überraschen kann. Okay. Gut. 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 er geschafft ihre ja hier ist ein typ der wiener session abhalten ich habe auch nicht das richtig wieder zu ja damals da müssen wir hoch und zwar da ist die schatz wieder der das ist die schatztruhe der die waffe für für namen vergessen dafür sei es aber hier ist jetzt der weg damit wir gleich angeblich und durch aber die schatztruhe zeigen um wo wird das item für für kalt sagt man also die waffe da war glaube ich auch was da war was wir da drinnen ich weiß ich aber da war auch ein schatz ich weiß es ist nicht mehr wo der weg ich weiß es nicht mehr wo der weg ich weiß es nicht mehr wo der weg Ja, die, die B ist weg. Und die große Schaufe! Genau, Schaufe. Jetzt hat sie natürlich keine Hut drauf, denn sie hat keine Hut. Wo war das nochmal? War das hier drin? Da war die Ruhe, da war ein Schokolade, das ging uns. Und jetzt sind wir hier, da muss mehr, da muss mehr. Der wird vorbei, und der wird auch vorbeischleifen. Oder auch nicht! Kämpfen halt. Ja, die stehen nicht ziemlich gut. Hier, da muss man wohl rauskundig sein. Hier! Oh, ich bin wieder weg. Sie sehen, ich mache die Dich. Ich verschadete. Und was? Nein! Was tue ich denn? Was tue ich denn? Und Vorschlaghammer! Ich habe die Turms. Die leben noch immer. Verdammt! Verdammt! Hey, mein Geist, ich habe ihn nicht durch. Du schwamm schreit! Sehr schön. Der oben so dran, der ist noch... unser Schreit! Sozusagen! Au! Das hat weh, tal! Du verdammtlich Arsch! Doch! Der oben so steht. Nöschter Panik aus. Und roto! Durchreifen und sauter in der Gads. ich habe ganz viel Geld gemacht durch das Training ich glaube das sind auch ganz viele Atems und noch immer ganz viel Geld wieviel 7.000 auch sind ich will jetzt mit 10 Typen hier kämpfen ich will ja verbieten noch in der Waffe der Reise jetzt werden wir mit 10 Typen los hier schön aufgestärkt und mit 3 Räderich auch in einem Problumen der Fluch bleibt noch immer ich will jetzt nicht mehr raus und dann KABOOM hier 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 Nein Geh mit Peter, weil jetzt auf den da los Ja! Ja! Wie ist denn das mit Kälter? Werde ich mit Kälter? Werde ich mit Kälter? So! Also! Schön und hat euch schlägt! Hehehe! Speed noch an der Lauf! Season Season Heilung Weh genug Geh nur Und hier spielen wir jetzt runter Hui und hui Und tut jetzt jetzt überhaupt nicht weh Naxx Und hier war der Piratenschlüssel drinnen Den wir brauchen und für weiterkommen Die Speichern Die Speichern sind nicht sinnlos Den benutze ich jetzt nicht Warum werde ich jetzt sehen Den beginnt hier weiter Und da ist schwierig Und hier war der Speichern Und hier war der Speichern Gut, letztes Mal aber Bieten, 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 Bieten Bieten, 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 Bieten Aber ich Schaut Ich weiß es nicht Sonst wird der Part halt länger was soll's Wird schon schief gehen Ja wir haben schon ziemlich viel Spielzeit Das Spiel ist ja neun Spiel plus Ziemlich viel schwerer muss ich sagen Die Gegend sind allem Das 1,5 fache stärker Ja hier hat es Die habe ich also auf mein Schiff ausgezogt Guck mal Biet So sind echter beraten Kippen aus Augenhabehaken Alles dran Nur weil sie augenklapp am Haken hat Muss noch lange nicht erkennen sein Außerdem sind beraten Kippen Na ja, alte verlotterte Männer mit struppigen Bärten Das ist dann geschehen Nicht dauerberaten Kippen Aber die sind Männer Viele von ihnen sind Frauen Und das du schnullst Haken und Anke Haken sind aber auch geschehen Heutzutage kann beraten Kippen Die nicht tragen was sie wollen Das stimmt nicht Auch da betrachten sie Das Markenzeichen waschichter beraten Ohne dass werden sie gerade zu nackt Auch wenn sie damit ziemlich bescheuert aussehen Hört auf zu zanken ihr zwei Ihr reudigen Landraten Kippen Deutsche ignoriert man nicht ungestraft Hau Backe Vielleicht kriegt sie mir einen Top-Suchts-Aufall Dropo steht einer von dieser Input also Haken Ja, mal sehen wie dieser hier gefällt Also ich kann nicht hineinzahlen Der gefällt mir überhaupt nicht Sind er stark Ich hab nur noch ca. 5 Minuten Naja Ich hab jetzt meine Metall umschufen Naja Ich hab jetzt schon in den Mischung gehen Ich kümm mich auf jeden Fall Zuerst um die Lakaai von mir Zuerst um den da unten Weil er einfach schneller tot ist Warum mich nicht verliebt Man sollte es denn logisch sein Wenn sie mich mit dem Mütten zu dieser Piratenfrau stehen Ich will mich mit dem Mütten zu dieser Piratenfrau stehen Ich will mich wie viel Schaden die macht obwohl ich block kann Wundern Wer geht Ich geh auf mich hin Rechts Wenn der Tag kommt Wundersinn Okay der schlägt Tod Wollte ich sagen danke Lieber anderer Piraten ich werde mit Bindet und Bindet mit kümmern und mit Salter und Federik groß groß ist Sauschen und jetzt ist sie dran au hast du weh ihr verdammte Piraten das geht jetzt keine gute Idee oh blum oh Gott er hält sich wieder ja ja oh nicht gut oh 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 okay okay oh na 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 oh oh AOH taptock 1 block Nein, er hat ihn schon wieder wieder verlebt! So. Was, ne? Das ist nicht gut! Was? Nein, warum? Mist, verdammt! Ja. Die hat mich besiegt, weil der Typ immer wieder belebt, ich hasse es. Ernsthaft, ich hasse es. Mist. Ist mein letztes Mal besser gelaufen. Mist, Mist, Mist. Nicht ausrasten! Ich muss es irgendwie schaffen. So. Dem Part geht sich jetzt so schnell aus, dass wir, ich, schnell noch meine Items umwunden machen. So geht es nicht so gut. Die Heilung ist unmöglich. Weg, 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 weg. Gut, ihr hält, das wollte ich nicht. So, bla, bla, bla. So, um einfach voll zum Platz zu halten. Geld sind wir alle voll. Schön, nochmal speichern. Und dann wenden wir den Part. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Wo wir hoffen nicht, dass es Piraten gibt, den schlagen. Werden wir ganz sicher. Denn sonst zeige ich euch das nicht. Denn dauernd nur Fates sind ja auch sinnlos. Also, Leute, bis dann. Ciao. Ciao.